Wir sind heute hier bei der Einweihung des DFB Campus und das muss man wirklich sagen, ist ein echter Leuchtturm für den Sport, das ist ein Leuchtturm für Hessen. Wir freuen uns darüber riesig, weil dieser DFB Campus natürlich in Hessen als Heimat für den Weltsport und insbesondere auch für den Fußballsport deutlich macht. Es ist ein großes Ereignis heute. Wir sind heute hier bei der Einweihung des DFB Campus und der Einweihung des DFB Campus.